Und damit, moin Leute, kam mal wieder am Start für euch heute mal wieder ein bisschen Black Ops 4 und zwar mit der Rampart 17, da ich euch mal eine richtig geile Klasse rausgekramt, die ich auch wirklich zocke, um auf Nuke und überall so ein bisschen Unruhe zu stiften, sag ich jetzt immer mal. Und es ist wirklich eine richtige kranke Biestklasse, probiert es wirklich mal aus. Wie folgt sieht es aus, Griff, schnelles Magazin und Großkaliber 1 und 2. Warum 1 und 2? Ja, ihr wisst, Großkaliber 1 immer noch mit den erhöhten Volltreffer-Schaden und 2 ist in der oberen Brust quasi gebraucht, nicht mehr so auf Redshot-Höhe zu zielen, sondern könnt bei der Brust anfangen und die droppen einfach nur gnadenlos weg, die Gegner. Werden richtig zerrissen. Dann haben wir noch Plünder am Start für Munitionen sammeln und Geist, natürlich, weil die nervigen Drohnen immer oben sind, ja. Irgendwie jeder kriegt immer irgendwie eine Drohne, jeder spielt auf Drohne, deswegen Geist unverzichtbar und Plünder sowieso. Stimulation, um schneller zu heilen, ist logisch. Springen wir ins Game, Leute, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst mir noch ein Abo da, ein kostenloses, würde mich richtig drüber freuen. Und einen Daumen nach oben, wenn ihr euch das Video gefeinert habt und ihr jetten mal rein, Leute. Viel Spaß beim Gameplay, bis gleich. Zack, weg. Container? Was ist hier los? Oh. Haben wir jetzt gegenseitig gebumst? Das kannst du vergessen, ey. Schade, den haben wir noch, aber den anderen nicht mehr. Der kann echt mit seinem Messer spüren hinterher. Was ist hier los, ey? Mach dich weg! Löil! Egal wir haben ihn einfach hier geboxt, einfach die Edo genommen, wie er mit dem Messer ankam, Alter, wir haben ihn einfach geboxt, ey Leute, richtig nice. Ja, das ist geil, ne? Komm, Robert. Schön haben wir auseinandergenommen, Leute, der Knife Runner ist auf dem ersten Plan, Respekt, ey, mit seinem Messer, ey. Richtig nice. So, schöne Runde, gehen wir in die nächste, bis gleich, Leute. So, let's go, zweite Runde. Hey. Wir haben ihn nicht. Haben wir nicht gemacht, wie krass sah das denn aus, bitte? Küsschen geht raus. Jetzt zusammen war nischt mehr. Rock'n'Roll! Jetzt muss ich schon mal grün. Ich werde sie so immer schwören, ey. Ich werde sie so durchdrehen. Ich werde sie einfach so durchdrehen, ey, wenn sie so immer löschen würde. Haha. Haben wir das wussten, ne? Waffe ist echt stark. Die ist echt mega stark. Die ist echt mega stark. Ich bitte auch alle überbaut, wa? So, wir haben die Waffe auspackt. Kann man drauf warten. Kann man drauf warten. Der Gegner hatte ne Titan. Hahaha. Stark veraimt. Okay. Oh, ihr seht schon, das ist, die Waffe ist mega stark. Mit den Aufsätzen werdet ihr richtig viel Spaß haben. Ich hoffe es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Karl. der wird es gerade auspackt. Ich ziehe hinter diesen CO2 auf der Gabepfahit. Das war es in der Individuen. Der Gegner muss gerne haben,